Ich bin Teil der katholischen Jugendbewegung, weil die Jugendlichen hier ihr Leben aus dem Glauben heraus anpacken wollen. In der KfB kann ich mich zusammen mit anderen Jugendlichen weiterbilden und so meinen Glauben immer mehr vertiefen. KfB bedeutet für mich, Freundschaften zu schließen, gemeinsam zu beten und Gott jeden Tag ein Stück näher zu bringen. Ich engagiere mich in der katholischen Jugendbewegung, weil ich begeistert bin vom katholischen Glauben und diese Begeisterung auch an andere Jugendliche in Deutschland weitergeben will. In der KfB habe ich die Möglichkeit, mich mit Jugendlichen auszutauschen, die wie ich im eigenen, wahren katholischen Glauben stehen. Ich bin in der KfB, weil ich dort meinen Glauben in die Tat umsetzen kann. Ich bin in der KfB, weil ich nicht warten will, bis ich ein Rentner bin, um andere für Jesus zu begeistern. Die KfB bietet mir die Chance, mich als Jugendlicher für Christus einzusetzen. Tradition ist und bleibt normal. Das zeigt mir die KfB.